Herzlich Willkommen wieder am Arosa Humorfestival! Großartig! Stimmig! Irrsinnig! Hier oben im Zelt auf 2'000 Meter Höhe! Wunderbar! Meine Damen und Herren, es freut mich wahnsinnig! Ich möchte natürlich auch meinen Partner vorstellen. Wir dürfen wieder moderieren. Es ist Bruno, bitte sehr! Ja, großartig! Nein, passt doch auf! Bisschen gut! Nein! Entschuldigung! Bruno, bitte! Das darf nicht wahr sein! Der Einsteig ist schon voll in die Kasse! Du bist wirklich wahr! Das sind Blätter von Hutz und Laub! Und der ist auch nicht gesehen! Du musst ihn auch noch einstecken! Das darf nicht wahr sein! Entschuldigung, das ist ein Anfang! Schmimmfehler! Entschuldigung! Was ist das für ein Kabelseich da? Der ist nicht eingesteckt! Der muss ein Lissblätter zusammenbissen! Ja, ist gut! Ich muss sie erst mal abhaken! Das ist ein Abbrechen! Hey! Heißig! Stopp! Passt doch auf! Bisschen gut! Das ist doch Wahnsinn! Schau doch mal! Wo muss ich einstecken? Ja, dort hinten! Wo? Ich weiss nicht, ob es sich noch lohnt! Dort hinten! Wo ist es da? Ja, einfach rein! Ja, dort ist es gut! Oh! Komm! Es geht nicht wahr! Nein, es geht nicht wahr sein! Ich mache eine Krise! Nein, es geht nicht wahr sein! Nein, es geht nicht wahr sein! Hutz und Laub und schnell! Halt die Hussignummer! Nein! Da fängt es noch an rauchen! Hutz! Du, die Blätter zusammen! Entschuldigung, Mann! Ich komme alles mal lösen! Hutz und Laub und schnell! Hutz und Laub und schnell! Hutz und schnell! Es lohnt sich! Es lohnt sich! Es lohnt sich nicht mehr! Wir müssen das rausnehmen! Die Blätter kann ich mir nicht sagen! Entschuldigung! Sehr gut! Ist es gut! Gut mit dem Seich! Du, die Blätter aus Bruno! Hei, hei, hei! Es ist natürlich ein Seich! Es tut mir leid! Was ist das für ein bleibes Kabel? Es soll nicht wahr sein! Es gibt es doch einfach gar nicht! Ist jemand noch nicht gleich geföhnt? Hä? Hei, hei! Ich bin dran! Hei, hei, hei! 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 Hei, hei, hei! So, jetzt noch Stäubli! Ja, ist gut! Das Kabel muss noch raus! Ich glaube, wir machen es dann nochmal von vorne! Muss das Kabel sicher eine Blasenkasse in die Hand nehmen! Ja, es geht besser so! Hei, hei, hei! Hutsenlaube und Stäubli machen etwas anders! Meine Damen und Herren, ich könnte improvisieren! Sind wir froh! Ich könnte etwas anders, sonst kein Problem! Sie nickt! Meine Damen und Herren, Sie können auch keine Musik machen! Kein Problem! Meine Damen und Herren, Hutsenlaube und Stäubli sind auch bekannt für ihren ausgewählten Modengeschmack! Darum machen sie jetzt halt da etwas darüber! Es sind Fashion-Ikone in meinen Augen, meine Damen und Herren! Und Sie werden jetzt auf die Bühne kommen und geben Ihnen einen Tausenden Applaus! Hutsenlaube und Stäubli! Ja, guten idea! Brautalativ!